Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Pearl TV. Willkommen zur 5 Euro Überraschungsshow. Halten Sie sich fest, schneiden Sie sich an. Wir legen los gleich. In atemberaubendem Tempo werden wir Ihnen Schnäppchen präsentieren, die jedes nur 5 Euro kostet. Bis vor wenigen Sekunden noch deutlich mehr. Und jetzt in der nächsten halben Stunde gibt es alles für 5 Euro. Wir leeren unsere Lager. Sie profitieren davon jeden Freitag und jeden Tag überhaupt um 17 Uhr für Sie. Wir legen sofort los. Die Einzige, die weiß, was kommt, ist die Diana. Und die bringt uns jetzt das erste Produkt rein. So, ich bin gespannt. Mit einem kleinen blauen Kartönchen geht es los. Guten Abend. Womit fangen wir denn an? Ein kleines schwarzes Säckchen im blauen Kartönchen. Wir werden sportlich, Carsten. Da ist aber irgendwas Softes drin, oder? Also nichts, was... Das sind Widerstandsbänder. Widerstandsbänder sind das? Ein Fünfer-Set. Was sind denn Widerstandsbänder? Zum Trainieren. Wenn da die Widerstand machen. Oh, das liebe ich. Oh ja. Ich zeige euch. Ich bin ein Profi. Nein. Ich bin gespannt. Du brauchst ja ausgepackten, oder? Warum habe ich rote und blaue? Oder ein rot ist ein blaues? Wie stark sind sie denn? Verschiedene Stärken, je nach Farbe. Das rote möchte ich werden, ist das stärkste, weil es ist deutlich dicker als das blaue. Zum Beispiel, das ist für Squats. Das leichteste ist grün, das stärkste ist schwarz. Ich weiß, dass so kann sein. Damit du nicht abhauen kannst, oder was? Damit du nicht abhauen kannst. Ja, stimmt. Oder guck mal so. Siehst du? Ja. Das ist gut für Popo. Oder das ist zum Beispiel für... Oberarme. Das glaube ich auch. Für Schulter ist das gut. Aber nicht mit dem roten. Das gibt mir auch mal eins. Aber das rote ist stramm. Das rote ist stramm. Das ist schwer. Das ist direkt vor schwarz. So. Ich mache das auch zu machen. Wir reden immer noch über Sport. Aber normalerweise, sie kosten... Ich habe mein Set für 25 Euro gekauft. Ja. Aber nicht für 5. Oh ja. Also ich kenne das aus dem Fitnessstudio. Ich glaube, das ist Sling-Training oder so ähnlich. Ja. Da gibt es richtig... Das ist richtig Widerstand hier. Das ist jetzt also so. Also rot war jetzt hier für Rückentraining zu viel. Ah, guck mal. Noch mal. So. So. Ja. Guck mal. Für den Rücken. Das geht auf den hinteren Rücken. Das ist auch gut. Ja. Du kannst ja alles mitmachen. Eine Hand. Jede Muskelpartie. Ja. Guck mal. Das ist ein Rückentraining. Das ist ja vorbeifelt. Ideales Trainingsgerät. Zeig was. Warum ich zeige. Mit kleinen Widerständen. Das ist für die Leute auch super. Das geht ganz schön in die Schulter. Das geht ja. Das ja. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Also da kann man richtig was mit machen. Siehst du? Das ist nicht ohne, finde ich. Also ich meine, es sind unterschiedliche Gewichte für unterschiedliche... Ego, für dich auch. Guck mal. Du machst so. Ja. Und dann guck mal, für Bizeps. Für Bizeps. Ja. Ja. Ja, glaube ich sogar. Boah. Ja, das Rote ist stramm. Das ist aber richtig pumpen hier, ne? Ich sage dir, das ist sehr, sehr gut. Du brauchst gar kein Fitnessstudio. Mensch, das merkst du aber hier im Arm. Du brauchst kein Fitnessstudio, Carsten. Du musst zum Beispiel, ja, wir fahren jetzt, es ist zu heiß zu fahren. Du musst dort duschen. Du musst zahlen, ja, pro Monat schon. Du musst abduschen. Das, sie können alles zusammen zu Hause machen. Und das ist wirklich für jede Muskelgruppe. Und nimmt überhaupt keinen Platz mehr. Zum Beispiel, auch schön. Moment. Aber wirklich, wirklich, wirklich schön. Wenn ich... Mein Name ist Christian, du weißt, ja? Christian? Das ist ein Set mit fünf verschiedenen Widerstandsbändern, die verschiedene Widerstände haben. Wie gesagt, Rot ist so... Kasse. Gib mir auch mal eins. Kann mich überhaupt nicht wehren. Fünf Bänder zusammen für fünf Euro. Ideales Trainingsgerät. Kinder. Da steht, ein Fünfer-Cent zum Training von verschiedenen Muskelgruppen, Rücken, Arme, Schulter, Bauch, Beine und viel mehr. Okay. Ach, schade, jetzt würde ich nichts zum Schießen aufstehen, der bei der Fünf-Euro-Show in der Mitte sitzt. Schreibt der Werner aus... Fünf Stunden und in Säcken dabei. Auch sehr, sehr praktisch transportiert. Hey, Männer. Kinder. Das war gut gezielt. Ja, vor allem soft, ne? Ja, also fünf verschiedene Widerstandsbänder, also in fünf verschiedenen Stärken. Das Ganze eingefasst in dieses kleine Säckchen auch mal zum Mitnehmen eben, dass man eben auch mal in einem Hotelzimmer, im Urlaub oder sowas, wo man kein Fitnessstudio oder ein Fitnessgerät in der Nähe ist, aber ein bisschen was tun kann für die Muskulatur. Und jede Bewegung ist definitiv hilfreich, ist alles besser als nichts zu tun. Für fünf Euro Klasse. ZX 1442 und die 569 ist die Bestellnummer. Sie kriegen das alles zusammen, es wiegt fast nichts. Das können Sie überall unterbringen, ein professionelles Sportgerät. Bis zu fünfmal dürfen Sie übrigens alles bei uns bestellen, außer wir sagen was anderes. Auch diese Widerstandsbänder. Ein schöner Stab, ne? Das ist wirklich cool. In der Tat. Die war nicht ohne. Die war echt, also das Rote war nicht ohne. Euro habe ich bezahlt für mein Säck. 25 Euro. Ich habe da so ein Jucken auf der Stirn. Wir arbeiten uns von klein bis groß vor. Dann fangen wir mit klein an. Oh, entschuldige Diana. Entschuldige. So, jetzt ist der Sanitäter im Set. Ja, also wir haben Schnellladekabel. 10 Euro von Xavi. Ja, mach ich. Also Schnellladekabel. Himmelssacra. Ein 3 in 1. Schnellladekabel. Also Mikro-USB, USB-C und Lightning. Aus der Update mit Textil. Lass mich da mal ausreden. Also ein Ladekabel mit 3 verschiedenen Steckern. Ein Ladekabel in verschiedenen Größen. Das erste war wie lang? Das erste ist genau 30 Zentimeter lang. Gleich kommt noch ein 60 Zentimeter langes. Und 120 wäre das dritte. Und das sind richtig, richtig tolle Qualität hier. Die sind mit Stoff ummantelt. Die halten dann auch sehr lange. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie das an den Steckern, wo das Kabel in den Stecker reingeht. Da dieses schwarze. Das ist so ein Knickschutz. Das ist so die Sollbruchstelle bei diesen Kabeln. In der Tat. Und die halten eben dann auch sehr lange. Und dann haben wir hier eben diese 3 verschiedenen Größen. Sie hatten gesehen, die 30 Zentimeter. Ich halte gerade die 60 Zentimeter. Da sind 3 Stecker dran. Ein USB-C, ein Mikro-USB und ein Lightning. Finde ich unglaublich praktisch. Man kann 3 Geräte gleichzeitig laden. Oder vielleicht mal anderen Leuten helfen, wenn die einen besuchen. Mich hat neulich einer besucht, der hatte ein iPhone. Also kein Handy, sondern ein iPhone. Und dann hatte ich natürlich keinen Lightning-Stecker. Und konnte dem dann tatsächlich helfen. Du hast doch alleine, wenn du zu Hause mal guckst. Ich habe ein iPhone mit Telefon. Dann hast du ein Tablet. Gut, das kommt auch von Apple. Dann hast du aber ein Navigationsgerät. Da muss ein Mikro-USB dran. Dann hast du einen Kopfhörer oder sowas. Da muss wieder ein anderer Stecker dran. Du hast doch ständig irgendwelche anderen Stecker. Deswegen hat die EU ja beschlossen, auf USB-C zu gehen. Aber das dauert noch eine ganze Weile. Und deswegen sind die alten Geräte mit den anderen Steckern ja deswegen noch lange nicht passé. Jetzt haben Sie drei verschiedene Längen. Sie können sich dieses 3-in-1-Schnellkabel aussuchen. Ob Sie es jetzt mit 30 cm, mit 60 oder mit 120 cm haben wollen. 120, guck mal, wie lang das ist. Die kurzen Supermarkt finde ich für einen PC. Das mittellange vielleicht auch mal fürs Laden in der Küche. Und das ganz lange auch gerne mal fürs Auto. Wenn du mal von hinten nach vorne mal irgendwie was laden möchtest, mal so in die USB-Buchse rein. Also eine sehr coole Angelegenheit. Und der Jens aus Weilerswitz schreibt, ein Kabel im Auto und für alles vorbereitet. So soll es sein. Hat er recht mit. Und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bescheinigt uns der Nils aus Heidelberg. Ein stabiles Kabel, mit dem man gleichzeitig drei verschiedene Geräte laden kann. Solange die Stromquelle genügend Leistung liefert. Sehr praktisch und bei uns ständig im Einsatz. Super Kabel, super Qualität. Hält viele Jahre, kann ich Ihnen versprechen. Und das ist hier richtig toll für nur 5 Euro. Richtig klasse. Ich mag das ganz lange. Gerade mal so abends, wenn man das Handy laden will neben dem Bett und da vielleicht nochmal raufgucken will, kann man da eben tatsächlich das auch im Liegen machen und muss sich da nicht umdrehen für. Super. Stellnummern hatten wir gerade eingeblendet und pro Kabel gerade mal 5 Euro. Sie dürfen gerne mehrmals zugreifen. Ich empfehle Ihnen vielleicht alle drei zu bestellen mit 30, 60 oder 120 Zentimeter Länge. Dann ist es also wirklich für alle Fälle bestens vorbereitet. Auch mal so eine Powerbank im Rucksack und das Handy am Boden. Da brauchst du auch mal ein paar Zentimeter mehr. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Tolle 5-Euro-Show bis jetzt. Ja. Was ist das? Mittelschwer. Was ist das denn? Ist das so ein Farbpalator oder sowas? Für Wasserhahn. Der leuchtet, wenn der Wasser durchläuft. Und zwar in verschiedenen Farben. Je nachdem, welche Temperatur das Wasser hat. Wenn es kalt ist, also bis 30 Grad leuchtet es blau. Wenn es zwischen 30 und 39 Grad ist, also genau perfekt zum Händewaschen, ist es grün. Und wenn es rot ist, ist es über 39 Grad und heiß. Hier sehen wir das mal. Das ist so cool. Wenn du dir damit die Hände wäscht, dann bringst du auch deine Kinder wieder dazu, sich die Hände zu waschen. Das macht richtig Spaß, weil das macht dieses Licht. Und es braucht keine Batterie, keinen Akku, kein gar nichts, weil wir da tatsächlich eben einen Dynamo drin haben. Dynamo ist wie beim Fahrrad. Da brauchen sie auch keine Batterie. Einfach durch die Reibung, durch die Drehung. Oder ich gucke die ganze Zeit, wo sind denn da LEDs drin? Aber ich finde das großartig. Bei mir, wenn ich den Wasserhahn auf halber Kraft habe, ist das warm. Dreh ich sie nur einen halben Zentimeter nach links. Ist das sowas von brüllend heiß? Ja. Ein Millimeter, ja. Ich weiß nicht, auf was sie das eingestellt haben. Aber du verbrühst sie. Du kannst dir einen Tee damit kochen, wenn du das auf heiß drehst, das Ganze. Und da muss man höllisch aufpassen. Und der hier erkennt das und gibt dir von der Farbe her vor, wie warm oder wie heiß ist dein Wasser. Jetzt nicht aufs Grad genau, aber kalt, mittel, heiß. Ja. Oder? Also die Jutta aus Berlin schreibt, das Farbenspiel des Wassers fanden meine Gäste so toll, dass ich sofort nachbestellen musste. Kann ich nur weiterempfehlen. Und die Gerda, das schreibt, was ich gesagt hatte, sehr schönes Produkt. Meine Enkelkinder haben jetzt sehr viel Spaß beim Händewaschen. Ich bekomme sie nicht mehr vom Waschbecken weg. Das ist doch das, was wir wollen. Dass unsere Kinder sich immer die Hände waschen. Dass jeder sich die Hände wäscht, weil es hiermit richtig Spaß macht. Das ist es ja gerade. Gerade bei Kindern, ja, kenne ich selber, also da ist es schon schwierig. Geht immer die Hände waschen, oh nö, hab ich gestern schon gemacht. Wasserhahn mit L. Sieht sehr spacig aus. Sieht super. Auch weißt du, das Wasser verlängert ja das Licht nochmal so ein bisschen. Das sieht ja aus, als wenn da Lava rauskommt. Ich kenne, der Boden ist Lava. Ich alle. Tolle Sache hier. So, für 5 Euro ist es doch wieder den Gag wert, oder? So. Da ist Alarm. Oh, da ist Alarm. Jetzt lohnt es sich ganz besonders genau hinzuschauen. Denn jetzt haben wir einen Artikel, den dürfen wir nur einmal pro Besteller rausgehen. Vielen, vielen Dank. Aber das sind meistens genau auch die Artikel, die sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz besonders her lohnen. Normalerweise sind die so kostspielig, dass wir die nicht unbedingt in so einer Show zeigen können. Eine Waage, eine Personenwaage. Eine digitale Personenwaage. 5 Euro? Wir sind in der 5-Euro-Show. Ja. Wir sind in der 5-Euro-Show. Das ist ja irre. Eine Personenwaage, die ist digital. Da lesen Sie digital, was das Gewicht ist. In großen, großen LCD-Zahlen. Das kann man also auch ohne Brille von ganz oben lesen. Die ist super flach. Ich kann da mit Schuhen drauf, oder? Ja. Dann mache ich das so weit. Und ich gucke mal. Letztes Mal, du warst 86, oder? Das ist schon 3 Monate her. Ich bin bei 91. Wow. Ja. Ja, Kassen, ne? Ja. Ja, wie viel ist du? Natürlich. Komm. Ich muss die entriegeln, ja? Oder direkt draufstellen? Direkt draufstellen. 91,2. Ja, Komma ist, glaube ich, egal. Aber 91. So geht's. Ja, aber zuverlässig. Ich habe heute Morgen auf Fitnessstudie den gleichen Wert gehabt. Ja. So, jetzt du? Ich zeige, ja. So, jetzt versteckt sie sich wieder. Also, eine super Waage. 42, das ist ja Wahnsinn. Auch stabil. Aber guck mal, das ist wirklich cool. Und die sind schwarz, normalerweise die alle sind so grau, weiß. Ja, die sind sehr, sehr schick aussehen. Und natürlich für 5 Euro, Entschuldigung, man hat noch nie eine Waage gesehen. Eine Personenwaage dieses Kalibers mit einem bruchsicheren Glas obendrauf, bis 150 Kilo belastbar. Das ist 150 Kilo. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Und ich komme noch. Und das ist ja auch sehr, sehr schön. Ich komme noch aus der Generation, wo man noch diese Dinge hatte, diese Waage, die so 10 Zentimeter hoch waren, mit dieser analogen Anzeige. Mit einem Zeiger, der immer so nachgefedert hat, die du zum Teil noch hinten mit diesem Rädchen justieren musstest. Ganz früher wurde ich auf einer Waage gewogen, da hatte man so ein Gewicht, was man immer einstellen musste. Echt noch? Als Baby. Das sagt man ganz früher. Im 19. Jahrhundert. Also richtig sehr, sehr schick. Und die Waage speichert die letzten zwei gemessenen Ergebnisse. Einfach Spaß. 50 Kilo. Das ist mit Schuhen. Ja, ja. Das sind aber auch schwere Stahlschuhe. Dein Kleid ist auch schwer. Und der ganze Schmuck, den du anhast. Das ist also wirklich eine tolle, tolle Waage, die in ihm ganz genau die Waage sagt, die das Gewicht sagt. Und sowas ist doch motivierend, Diana. Ja. Kann man sein Gewicht kontrollieren für nur 5 Euro. Ja, heute habe ich kein A, B, S. Ja, aber der Artikel, der kann nichts dafür. Ja. Unser Preis aller Hand. Biss aufs Gramm genau übrigens. Ja. Das macht das nicht besser, ne? Also jetzt mal ohne Quatsch, also so eine Personenwaage für 5 Euro, entschuldige. Ja, wenn du eine Waage brauchst, greifst du jetzt in diesem Moment zu. Ja. Und bestellst du, ja gut, das ist leider ein Preis aller Hand, aber einmal würde ich es auf jeden Fall bestellen. Ich habe bei mir zu Hause keine Waage. Echt? Ich habe auch so eine Waage, aber die hat, glaube ich, 25 gekostet. Mit Sicherheit. Und das ist halt... Ich gehe im Fitnessstudio mal drauf. Bestellnummer übrigens, das ist die NX 7479 und die 569. NX 7479 und die 569. Die digitale Personenwagen. Preisalarm dürfen Sie nur einmal bestellen, aber das lohnt sich natürlich. Wir machen weiter. Oh, was gelbes Großes. Jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich noch nicht gesehen. Was gelbes Großes. Schau ich das auf. Guck mal, was Neues bei Pearl. Das ist so, ah, das ist so eine Pool-Hängematte. Ja. Ach. Also in dem Fall nicht hängen, so eine Pool-Matte, wo man sich schwimmend so ins Wasser legen kann. Oh, eine Wasser-Hängematte. Am Samstag, ich fahre mit Berkert zum Bargersee, weil wir haben schon gesucht eine Matarze. Das ist ja cool. Guck mal, so sieht das aus. Guck mal. Kannst du komplett drin hinlegen, legst dann ganz bequem im Wasser und floatest so vor dich hin. Eine super leichte, ja, das ist ein neues deutsches Wort. Gerade kreiert in der 5-Euro-Show. Tada. Sehr gut. Sehr gut. So sieht das, das ist floating. Das sieht echt bequem aus. Das ist floating, okay. Diese Matte kostet nur 5 Euro. Die, der Freddy aus Wien schreibt, nicht nur zum Liegen, auch zum Sitzen super. Man kann sich also nicht nur hinlegen, sondern auch reinsetzen. Ich bin super toll zufrieden, top, top, top. Die wasserhängende Matte kann ich echt empfehlen. Das ist eine super Alternative zu einer Luftmatratze und hat viel mehr Möglichkeiten, sie zu nutzen. Also wenn du noch ein nettes Wasserspielzeug suchst, einfach toll. Auch die Qualität super. Hat der Konrad aus Bonte geschrieben hier. Super bequem. Ach Mensch, wir wollen ja alle ins Freibad oder ansehen jetzt. Es ist so heiß. Aber ja. Da ist sowas natürlich super. Sich einfach mal ins Wasser setzen. Oder mal hinlegen, so wie Diana das gerade zeigt. Ist Spitzenklasse. Auch mal für einen Pool. Manche haben jetzt gerade auch bei diesen Temperaturen in diesem Sommer auch gerne mal so einen kleinen Pool oder was zu Hause. Und das kann man immer mal gebrauchen. Kann man handlich klein zusammenfalten hier. Und dann einfach aufpusten und schon hat man eine Liege. Oder eben auch mal eine Sitzgelegenheit im Wasser. Das ist Luxus pur. Ja, weißt du, du musst auch nicht so eine Luftmatratze, die du da bist ja ewig am Pumpen und fällst blau um, wenn du die vollgepumpt hast. Ja, ja. Die hier ist ganz einfach aufgepumpt, weil sie nur das Kopfteil und das Fußteil aufpumpen müssen. Super leichte Wasserhängematte. Die super leichte Wasserhängematte hat die Bestellnummer NX7246569. Und auch die würden sie bis zu fünfmal bestellen. Das sah so bequem aus, wie Diana hier eben gesessen hat. Und diese Dame hier bei uns im Zuspieler auch. So können sie auch aussehen im Pool, im Badesee, egal wo. Ganz bequem, leisure floatend, sagt sie mal. Also so möchte ich nicht aussehen, so möchte ich mich aber gerne im Wasser bewegen. Ja, sieht richtig toll aus. Es ist so heiß draußen. Wir freuen uns über jedes Wasser, was wir sehen und möchten dann da rein. Mit so einer Wasserhängematte macht das natürlich nochmal mehr Spaß. Ja, das ist cool. Wir machen weiter. Floating. Floating. Kennst du das nicht, Floating, Karsten? Ich kenne den Begriff Floating, natürlich. Ja. Na klar. So, was haben wir jetzt? Micro SDXC Performance. Was? Das ist eine Speicherkarte. Das ist eine Speicherkarte. Ja, steht hier. Das ist eine Speicherkarte. SDXC Performance Class. 64 GB. 64 GB SD Adapter Class 10. Class 10? Class 10. Echt? Was bedeutet das, Class 10? Class 10 bedeutet, dass sie sehr robust ist und andererseits natürlich auch sehr schnell liest und schreibt. Diese kleinen Speicherkarten finden sich ja oft in Kameras. Und wenn wir da große Bildmengen, also so einen Film zum Beispiel, aufnehmen wollen, dann muss sie sehr schnell schreiben. Und das schafft diese Karte, weil sie eben Class 10 ist. Kommen wir zu der Karte selber. Das ist eine Micro SD Karte mit Adapter und 64 GB Speicher. Ist das nicht unglaublich? Diese Micro SD Speicherkarte ist so groß wie mein Daumennagel. Also das ist ein Hammer. Und das ist ein Hammer. Früher hatte man riesengroße Festplatten, die halb so groß waren. Das hier ist echt Wahnsinn. Und das für 5 Euro. Wir haben doch häufiger in den Sendungen, wenn wir die ganzen Überwachungskameras machen und so weiter. 11, 12 Euro meine ich. So um den Dreh, ja. Also das Preisgefüge hier ist sensationell. Also wenn Sie da auch gerne mal so eine Überwachungskamera bestücken möchten, Ihr Handy oder Ihre Digitalkamera oder jetzt mal so ein Camcorder oder sowas, da passen diese Karten natürlich super rein. In dieser Qualität nimmt die natürlich auch mal 4K oder Full HD, diese hochauflösenden Aufnahmen. Ist das jetzt eine tolle Möglichkeit? Bis zu 5 mal können Sie zugreifen. Da haben wir mal so eine schöne Armada beispielsweise im Urlaub mit dabei. Und was ich gar nicht wusste, ist, diese Karten sind wasserdicht. Ach. Strandtasche, Strand, beim Baden und so weiter. Temperaturbeständig, röntgensicher und stoßsicher. Das ist doch cool, oder? Also wenn du mal hier floatest auf so einer Matte und hast mal so eine Karte dabei, kann nichts passieren. Ist unglaublich, wie viel hier raufpasst. Da passen zigtausend Bilder rauf. Was weiß ich, wie viele Stunden filmen, können Sie alles damit abspeichern? Du hast es gesagt, bei uns die Karten kosten normalerweise im TV-Sonderpreis, wenn wir so eine Kamerasendung haben. 12, 13 Euro, Euro meine ich. Heute 5 Euro. Und die können Sie bis zu 5 mal bestellen. Eine ganz, ganz tolle Lösung hier, die eben auch noch so preiswert ist. Das ist eine 5-Euro-Show. Wahnsinn. Wie gesagt, bis zu 5 mal. Also da werden sich jetzt einige wieder mit Speichersatt eindecken. Ja. Und diese Micro-SD-Karte mit 64 Speichersatt hat die Bestellnummer ZX4107 und die 569. ZX4107 und die 569. Ich behaupte nochmal, gerade jetzt so vor dem Urlaub, wenn ihr die ganzen Videokameras und so weiter, Dashcams, ja, und natürlich auch die ganzen Digitalkameras, Camcorder, alles, was man eben so zu fotografieren, aufnehmen und so weiter mitnimmt. Handys, manche Uhren, MP3-Spieler, alles, also so viele Geräte, die diese Karten brauchen. Eindecken mit Speicher. Mit Speicher. 64 Gig bis zum Erfüllung. Was kriegst du? Äh, ich bin, ja, ja. Das ist etwas wirklich, wirklich cool für Kinder. Ah, großartig. Carsten hat es schon erkannt. Ja, das ist großartig. Das sind diese Ice-Maker oder Eis-Formen zum Selbermachen. Und die sind genial. Da kannst du alles, alles, was sich einfrieren lässt, kannst du da dran machen. So, du hast hier den entsprechenden Stiel übrigens auch so gestaltet, dass man hier, dass die ganze Soße, wenn es mal auftaut, nicht unbedingt über die Finger läuft. Das ist ja praktisch. Das, was auftaut, kannst du hier mit diesem kleinen Strohhalm sogar noch so wegsaugen. Ja, und egal, ob das jetzt von mir aus Zitronenwasser ist oder Orangensaft oder Maracuja-Saft, Mango-Saft, Multivitamin, Cola, Fanta, völlig egal. Du kannst wirklich alles, was flüssig ist, hier ganz einfach reinfüllen in die Form, packst den Deckel obendrauf und legst das für ein paar Stunden ins Eisfach und hast dein eigenes, dein selbstgemachtes Eis. Was glauben Sie, was das für ein Spaß ist? Sie können sich ihren eigenen Geschmack machen. Sie können mit ihren Kindern rum experimentieren. Jeder wird sich seine eigene Lieblingssorte machen können. Und hier, das sind wirklich beide zusammen hier, also für acht Eis, die ganzen Formen, die sie hier sind. Ah, das ist ein zweier Set. Das ist eine Form für acht selbstgemachte Eis am Stiel. Dann sind es zwei. Für fünf Euro. Ist auch kein Preisalarm. Ist auch ein super Geschenk, wenn Sie irgendwo zum Geburtstag eingeladen sind, wenn man sich hier sein eigenes Eis machen kann. Guck mal, blaues Eis. Was mag das sein? Blaues Eis? Ich kenne das so als Schlumpfeis. Ja. Was macht denn blau? Was macht denn blau? Was die Farbe erzeugt? Müssen wir mal bei der Regie fragen. Ich habe keine Ahnung. Blau? Aber das ist wirklich eine tolle Sache. Was ist denn das Blaue? Was ist denn das Blaue? Also Sie können sich also ihr eigenes Eis machen, ihr eigenen Geschmack machen. Einfach was Flüssiges rein in den Gefrierstrank reintun. Und dann haben Sie nach wenigen Stunden ihr eigenes Eis. Das macht einfach Spaß und schmeckt. NC 33 34 und die 569 ist die Bestellnummer. Das ist richtig cool. Super praktisch auch, dass das hier eben ausläuft. Und hier eben noch diesen Trinkheim dabei hat für dieses geschmolzene Eis. Das ist genial. Vor allem, du weißt natürlich jetzt hier, auf was hast du reingetan. Wenn du ein Eis kaufst, weißt du nie, wie viel Geschmacksverstärker, wie viel Dingens, wie viel davon ist da eigentlich drin. Hier machst du deine eigenen Sachen. Vielleicht hast du eine Allergie oder sonst irgendwas oder verträgst irgendwas nicht. Oder magst irgendwas besonders gerne. Dann kannst du einfach auch mal experimentieren. Was auch super ist, sind gerade so klein gehäckselte Früchte und so weiter. Die mit ein bisschen Saft angereichert, zack da rein. Das schmeckt himmlisch. Und für Kinder ein Erlebnis. Also, dass ein Eismacher, wo sie sich selber ihr Eis machen können aus jeder Flüssigkeit. Kakao mit so Schokobrösel drin oder sowas. Und das einfrieren. Oder Früchte. Kann man auch mit einfrieren. Ihre Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie können spielen, was sie wollen hier rein. Und dann als Eis später geniehen. Und der Kaffee zum Beispiel kann ich saufen. Kaffee-Eis. Das wäre auch eine Idee. Kaffee-Eis. Kaffee-Eis. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, oder? Oh, ich liebe dieses Produkt. Das ist ein Bluetooth-Adapter. Ein Bluetooth-Adapter? Ja, guck mal. Der hat hier einen Klinkenstecker. Den steckst du jetzt ganz einfach zum Beispiel in deine Stereoanlage, in dein Auto, egal wohin. Und dann empfängst du hier rüber Bluetooth. Das heißt, von deinem Handy aus kannst du jetzt alles das übertragen via Bluetooth, also kabellos, auf ein Gerät, was eigentlich nicht Bluetooth-fähig ist. Ganz genau. Das machst du mit diesem Adapterstecker Bluetooth-fähig. Ganz genau. Und das für 5 Euro. Also alles das, was nicht Bluetooth-fähig ist, was du aber gerne nutzt. Auch mal einen Kopfhörer zum Beispiel, den du normalerweise nur per Kabel benutzt, weil das Kabel ständig immer nur per Klinke mit dem Hi-Fi-Gerät verbinden musst. Da kannst du jetzt den Stecker rauslassen, dockst hier diesen Bluetooth-Adapter dran und hast damit einen, wenn man so möchte, weitestens einen kabellosen Kopfhörer, den du ganz einfach kabellos mit dem Smartphone verbindest. Das ist genial. Du kannst jedes Gerät damit Bluetooth-fähig machen im Prinzip. Kopfhörer, Stereoanlagen, Autoradio, egal was. Und dann kannst du wie hier in diesem Fall Kanye West hören oder was du auch immer auf deinem Handy gerade hörst. Du kannst sogar telefonieren damit. Guck mal hier, da ist ein Telefonsymbol drauf. Das heißt, er hat noch ein Mikrofon drin. Das heißt, du kannst aus einem normalen Kopfhörer ein Headset machen, mit dem du kabellos telefonieren kannst. Einfach den Kopfhörer hier reinstecken, umhängen, super praktisch. Oder sogar eine Stereoanlage oder ins Auto. Mein Auto, ich hatte ein Auto, das hatte kein Bluetooth. Das ist so. Und alle anderen um mich herum, alle meine Kumpels hatten schon Bluetooth. Und das war so, da konntest du nicht mal MP3s abspielen. Das ist echt lässig. Da musst du nur Radio hören. Ja, auf Dauer auch nicht das Wahre. Nein. Ich bin froh, dass diese Kundenstimme von einer Frau kommt. Die Maya schreibt uns aus Felbert, ich habe den Adapter mit einem Kabel an den Verstärker angeschlossen, um Musik vom Handy abzuspielen. Klappte innerhalb von wenigen Minuten zum Aufladen, brauche ich den Adapter noch nicht mal entfernen. Hier scheint ein Akku drin zu sein. Ja. Akku reicht für vier Stunden oder USB-Netzteil ist mit dabei, versorgt es mit Dauerstrom. Auch das ist überhaupt kein Thema. Oh, hallo. Guck mal, wer ist hier. Och, was ist denn hier los? Guck mal hier, wir haben Besuch. Oh, wir haben Besuch. Ja, hallo. Das ist das neueste Mitglied in unserer Perl-Familie hier. Ja. Diana hat ihn schon sehr ins Herz geschlossen. Ja, das stimmt. Ich bin verliebt. Der ist aber sehr neugierig. Wir suchen nach Namen. Wir suchen nach Namen. Schreiben Sie an redaktion.perl.tv mit Namensvorschlägen für unseren kleinen Sehund hier, den wir haben. Ja. Das ist ein technisches Gerät, was normalerweise viel mehr Geld kostet. Da sollten Sie zuschlagen, wenn Sie Ihr Gerät Bluetooth-fähig machen wollen. Das ist ganz, ganz einfach und kostet nur 5 Euro. Sie können davon bis zu 5 Stück bestellen. Es ist ein echter Hammer. Mit Freisprechfunktion übrigens. Wenn Du jetzt hier das Ganze für Dein Autoradio benutzt, machst Du aus Deinem Autoradio, aus Deinen Boxen, aus Deinem Soundsystem im Auto mal eben eine Freisprecheinrichtung. Einfach reinstecken. Einfach. Das ist alles, was man braucht. Unglaublich. Für 5 Euro. Also das ist echt mal cool. Bestellen nochmal hier fest, die PX 4744. Und bitte die 569 nicht vergessen. Dann wissen die Kollegen im Service Center, dass sie den günstigen TV-Sonderpreis bekommen. Das war die 5 Euro Show. Und jetzt viel Spaß im weiteren Programm.